Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Cress Garage. Wir haben Anfang 2024. Ich habe mir die Frage gestellt, was sind denn eigentlich so aktuell sehr günstige, gute Modellbausätze zum Einsteigen in das RC-Hobby? Und eigentlich fällt mir da immer nur Tamir ein. Das heißt, heute geht es um günstige, gute RC-Baumodelle, die ihr, wenn ihr einsteigen wollt in das Hobby, euch kohlen könnt. Ich gebe euch Infos zu den aktuellen Modellen, was auch gerade günstig ist. In wenigen Tagen startet auch die Spielzeugmesse in Nürnberg. Das heißt, da werden neue Modelle vorgestellt. Aktuell fallen die Preise so ein bisschen, das heißt, für etwas ältere Modelle. Ich habe mal einige für euch rausgesucht. Modelle sind auch immer unter dem Video verlinkt. Das heißt, immer wenn ihr an der Seite so einen Einschub sieht für ein Produkt, gibt es einen Link unter dem Video. Über diese Links finanziere ich mich so ein bisschen mit. Ansonsten, ich hoffe, ich kann euch sehr viele Tipps geben, ein bisschen Klarheit schaffen in diesem Bereich. Wenn man anfangen möchte mit dem RC-Hobby, also lass uns darüber mal sprechen. So, moin moin und schön, dass ihr noch da seid. Und theoretisch könnte ich die letzten zehn Jahre das gleiche Video oder dieses Video immer gleich anfangen. Wenn ihr in das RC-Bau-Hobby einsteigen wollt und ihr habt noch gar keine Ahnung, was ihr machen wollt. Ihr wollt mit einem einfachen, gut zu bauenden Bausatz anfangen. Ihr wollt einfache, gut funktionierende Technik haben, nicht viel Geld ausgeben. Dann gibt es keinen Weg dran vorbei am Neo Fighter. Neo Fighter auf dem DT-03 Chassis. Auf dem Chassis sind bis jetzt drei Modelle, sag ich mal, veröffentlicht worden. Und der Neo Fighter ist so das beliebteste Modell. Ich habe auch mal einen hier aufgebaut, damit ihr so ungefähr wisst, was euch erwartet. Ihr braucht so ein paar Sachen neben dem reinen Bausatz, denn der ist ein Bausatz, da ist ein Fahrtenregler bei, da ist ein Motor bei, da sind Räder bei, die ganze Karosserie, das Chassis, alles das. Aber noch nicht die komplette Elektronik. Dafür braucht ihr noch ein ganzes Set, das heißt, ihr braucht noch einen Sender und einen Empfänger, ein Servo zum Lenken, ihr braucht noch ein Ladegerät, ihr braucht noch einen Akku und Batterien für die Fernsteuerung. Wenn ihr das alles zusammen habt und das alles auch zusammen funktioniert, kombinierbar ist, dann könnt ihr anfangen. Dieses Set, den Wagen, so wie er hier ist, als Neo Fighter gibt es gerade so um die 78 Euro. Ich habe es euch mal hier eingeblendet. Wenn ihr einen lokalen RC-Shop habt, geht dort gerne vorbei, lasst euch beraten und kauft dann vor Ort da. Das hier wiederum sind Amazon, links, wenn ihr darüber kauft, unterstützt ihr mich so ein bisschen. Ansonsten, die Preise sind verhältnismäßig okay für den Markt, man findet bestimmt woanders nochmal was günstigeres. Aber wie gesagt, hier drüber kaufen, mich unterstützen. Neo Fighter DT03, ein 2WD Buggy für den Einstieg. Hier vorne drauf ist die Boxart Lackierung, die Karosserie kommt aber blank, das heißt, den Wagen müsst ihr noch selber lackieren. Und es wird euch auf der Verpackung auch gesagt, was ihr für optionale Tuning-Parts noch euch holen könnt und was ihr in Elektronik braucht. Ich stelle das mal hier beiseite. Der Wagen insgesamt kommt eigentlich schon ziemlich cool daher. Er hat Öldruckstoßdämpfer dabei. Die sind vielleicht für den Anfang etwas schwerer zum Aufbauen, da muss man sich vielleicht die Eltern dazu holen, wenn man das noch nie gemacht hat. Ansonsten habe ich auch Videos zu solchen Sachen schon gemacht, wie ich diese Stoßdämpfer aufbaue. Auch zu dem ganzen Wagen gibt es ein Video bei mir. Er sieht ziemlich cool aus, ist jetzt hier in Boxart lackiert, das heißt, wenn ihr den so lackieren wollt, müsst ihr euch noch zwei Farben dazu kaufen. Einmal eine PS-Blau-Farbe und eine PS-Weiß-Farbe. Wenn ihr das alles gemacht habt, abgeklebt habt, kommt dann nachher dieser Wagen raus, so ungefähr wie er hier ist. Ich habe jetzt hier nochmal bei mir einen Cress-Garage-Sticker obendrauf. Verbaut habe ich auch noch Kugellager. Kugellager sind grundsätzlich bei Tamiya-Modellen eher selten dabei. Das heißt, für den DT03 gibt es auch einen passenden Kugellagersatz, den kann ich euch auch empfehlen. Dann läuft der Wagen einfach ein bisschen runder, verbraucht weniger Energie. Wenn ihr jetzt auch mit dem Ganzen fahren wollt, empfehle ich euch, weil ich sie einfach ziemlich cool finde, von Carson D-Reflex Wheel Start. Eine sehr coole kleine Fernsteuerung, mit der man alles einstellen kann, um mit dem Wagen toll zu fahren. Das heißt, ich kann die Lenkung einstellen, ich kann das Gas nochmal einstellen, ich kann ihn auch ein bisschen trimmen. Das heißt, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, kann man mit dem Wagen dann auch langsamer fahren. Es gibt sie als Starter-Set, da ist dann auch noch ein Ladegerät bei für einen Neem-Akku, den ihr braucht und Batterien für den Sendeeinheit. Auch das hier verlinkt. Wenn ihr das beides euch jetzt über diesen Link kauft, seid ihr bei 148 Euro. Wenn ihr jetzt noch eine Farbe dazu holt, seid ihr vielleicht so bei 155 Euro. Und dann habt ihr den Wagen und könnt damit richtig schön fahren. Wenn ihr etwas nostalgischer seid, kommen wir jetzt mal zum nächsten Modell. Wenn ihr, wie ich, ein Kind der 80er Jahre seid und in dieses Hobby einsteigen wollt, oder ihr wollt mit eurem Kind nochmal erleben, wie es damals vielleicht für euch war, so ein Modell aufzubauen, oder ihr es euch damals nicht leisten konntet als Kind, ihn euch aber jetzt mal holen möchtet, den Grashopper, The Grashopper, sozusagen die etwas überarbeitete Version von dem klassischen Modell, wie da früher auch rauskam. Ich habe jetzt hier mal gerade eine recht günstige Version rausgesucht, kommt in einem Candy Green. Das heißt, da ist die Karosserie schon vorlackiert, ist gar nicht so teuer. Ich habe Preise gefunden von 87 Euro für den reinen Bausatz. Auch hier gilt, in dem Baukasten ist das Fahrzeug dabei, ein Fahrtenregler und ein Motor. Ihr braucht immer noch die extra Sendeeinheit und Elektronik, das heißt Akku, Ladegerät und ein Servo zum Lenken. Dafür habe ich meistens jetzt in den ganzen Sets das einfachste, günstigste und was ich aber auch mittlerweile finde, eines der besten Einsteiger-Sets, wenn es darum geht. Natürlich gibt es hochqualitativere Fernsteuerungen. Ihr könnt bis zu 700, 800 Euro für einen reinen Sender ausgeben, da kosten dann die Empfänger aber auch so um die 100, 150 Euro. Wenn ihr einfach nur starten wollt, ein bisschen Spaß im Garten auf der Spielstraße haben wollt oder erste Rennerfahrung schon sammeln wollt, mit der Fernsteuerung geht das. Sie ist nicht bis zum letzten Punkt ausbaubar, sie ist einfach, aber sie funktioniert. Sie ist klein, sie ist gut, kommen wir aber wieder zum Grashopper. Der Grashopper ist 1984, so wie er hier ist, auf den Markt gekommen, damals als Weiße Edition, jetzt wie gesagt als Candy Green. Ich habe ihn natürlich auch mal aufgebaut für euch. Der Wagen ist schon ein bisschen einfacher. Er hat einfache Reibungsdämpfer vorne, er hat eine starre Achse hinten, die sich ein bisschen federn lässt, ansonsten eine sehr schöne Fahrerfigur. Was hier noch das Besondere ist, ist ein Hartkunststoff, das heißt ein ABS-Kunststoff-Chassis, ABS-Kunststoff-Karosserie. Ansonsten, wie gesagt, Fahrtenregler dabei, ihr braucht die anderen Sachen noch. Die Reifen sind ein bisschen komplizierter bei diesem Modell aufzubauen, aber auch zu dem Fahrzeug und zu den Reifen habe ich nochmal Videos gemacht, die verlinke ich euch mal hier auf dem i. Den Wagen gibt es aktuell für 87 Euro. 70 Euro kostet das Elektroset dazu, das heißt insgesamt kommen wir bei 153 Euro raus und ihr müsst keine Farbe mehr investieren, das heißt theoretisch auf dem gleichen Preisniveau wie der Neo Fighter. Das heißt, ihr wollt vielleicht mit eurem Kind zusammen nochmal ein bisschen Spaß im Garten haben, holt euch doch den Grashopper und eurem Jungen den Neo Fighter, dann könnt ihr mal gucken, ob die moderne Version vom Einsteiger 2WD Buggy besser ist als die etwas ältere klassische. Kommen wir jetzt mal aus dem Buggy Offroad-Bereich raus und gehen mal auf Onroad. Das heißt, wenn ihr auf der Spielstraße fahrt, auf dem Parkplatz um die Ecke oder auch schon erste Rennerfahrung vielleicht auf einer Strecke bei euch in der Umgebung machen wollt, habe ich jetzt ein paar schöne Modelle für euch. Wie gesagt, runter vom Offroad, ab auf die Strecke und da macht es am meisten Sinn, wenn ihr in das Renngeschehen oder Spaß-Onroad-Geschehen einsteigen wollt mit einem TT02. Das ist ein Gladbahner Chassis, 4WD, also alle Räder sind angetrieben, vorne und hinten. Die Wagen haben Einzelradaufhängung. Es gibt sie als Rennausführung oder als auch Rallye-Ausführung. Tamir stellt meiner Meinung nach mit die besten und schönsten Karosserien her. Die besten, also die schönsten, sie sind meistens recht schwer. Im Renngeschehen gibt es manchmal Karosserien, die ein bisschen leichter sind und ein bisschen besser zu fahren sind. Aber wenn es um detailreiche und originale Lizenzkarosserien geht, hat Tamir meiner Meinung nach damit die besten und detailreichsten Karosserien. Ich habe jetzt mal für euch hier zwei rausgesucht. Hier oben haben wir den Toyota Silica GT4. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Den könnt ihr manchmal recht günstig kaufen. Ich habe schon Preise von unter 100 Euro für den Wagen gefunden. Aber auch hier gilt, Fahrtenregler und Motor ist da drin. Alles andere nochmal extra kaufen. Ich empfehle so ein Starter-Set. Wenn ihr übrigens ein etwas größeres Starter-Set haben wollt, mit dem ihr mehr einstellen wollt, weil ihr vielleicht auch schon leichte erste Rennerfahrung haben wollt, empfehle ich euch von Carson das Pro LCD 3. Dort könnt ihr das Bremsverhalten auch so ein bisschen einstellen, die Lenkungsgenauigkeit nochmal so ein bisschen einstellen. Ihr könnt bis zu 15 Modelle darauf speichern. Auch das gibt es als Starter-Set mit Akku, Ladegerät, Batterien für die Fernsteuerung und Empfänger. Nur mal so, damit ihr es gesehen habt. Auch das gibt es. Allgemein empfehle ich sonst das Kleine. Die sind recht gleich aufzubauen. Egal, ob ihr jetzt Rallye fahrt oder On-Road-Rennen fahren wollt oder einfach nur so On-Road fahren wollt. Vom Chassis her kann man sie so ein bisschen einstellen, dass sie manchmal ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben oder halt ein bisschen weniger. Das ist im Grunde genommen aber schon das, was man am meisten kann. Ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen mein Raikiri, mit dem ich auch schon erste Rennen im Einsteigerbereich gefahren bin. So, da ist das gute Stück. Ich finde ihn sehr schön. Ich habe ihn übrigens jetzt nicht Boxart lackiert. Das heißt, so wie er hier ist, habe ich mich an einem Porsche aus einem Le Mans-Rennen orientiert mit meinem eigenen Canon-Sticker-Design drauf gemacht. Ansonsten natürlich obendrauf die Cress-Krone, einen Sticker von mir. Ich bin, ich glaube, sogar im Dritten im Finale gestartet. Platzierung am Ende, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich den dritten Platz gemacht mit der? Muss ich mal in meinen Videos gucken. Ich habe übrigens eine Rennerfahrungsserie, also eine Serie online, wo ich mich zeige, wie ich meine ersten Steps in den Rennsport nehme. Auch nur mal, um euch da so ein bisschen die Angst zu nehmen. Anders gesagt, der TT-02 in dieser Version, Glattbahn, ziemlich interessant, finde ich ziemlich cool. Es gibt so ein paar Sachen, die ihr natürlich braucht, um dem hinzufahren. Wie gesagt, hier schon angesprochen, so ein ganzes Starter-Set. Was den TT-02 aber immer mal so ein bisschen noch besser zum Fahren macht, Carsten hat ein Set rausgebracht, da sind Kugellärger schon gleich mit dabei und das solltet ihr euch vielleicht auch holen, bevor ihr den Wagen aufbaut, weil sonst müsst ihr es komplett wieder auseinandernehmen, um die Kugellage einzubauen. Hier drin ist ein Speed-Getriebe und hier drin sind Öldruckstoßdämpfer. Der TT-02 kommt standardmäßig nicht mit Öldruckstoßdämpfern, da hat er nur einfache Reibungsdämpfer. Die funktionieren auf der Straße, ein bisschen auch auf dem Spielplatz, also auf dem Parkplatz, aber wenn ihr ein bisschen mehr fahren wollt, ein bisschen schönere Kurvengeschwindigkeiten fahren wollt, ein bisschen ruhigeres Fahrbild haben wollt, empfehle ich euch die Öldruckstoßdämpfer. In diesem Set ist wie gesagt das alles schon drin, also ein Speed-Getriebe, ein Motorritzel, um höhere Geschwindigkeiten rauszukriegen. Finde ich immer ganz interessant, macht Sinn, ist alles schon dabei, ihr könnt euch die Sachen auch einzeln kaufen, dann sind sie ein bisschen teurer, wenn sie euch als Set holt, sind sie gleich mit dabei. Wenn sie als Rallye gefahren werden, werden sie ein bisschen höher gemacht, das heißt man kann den Radstand unten so ein bisschen einstellen, aber auch da gilt ähnliches, Öldruckstoßdämpfer machen auch der Rallye-Version mehr Sinn, wobei man da vielleicht ein bisschen größere bräuchte, hier sind die Mini-Stoßdämpfer drin, die haben 50 mm von Loch zu Loch, das Maximum, was ein TT-02 fahren kann, sind glaube ich 62 mm, habe ich mich jetzt nochmal informieren lassen, ich habe letztens 70 gesagt, 62 ist aber das längste, was ihr fahren könnt, im Rallye macht das auf jeden Fall Sinn, wenn ihr da ein bisschen mehr über Schotter und, naja Asche, wenn ihr Schotter, Asche im Park auf dem nicht befestigten Wegen fahren wollt, ein bisschen mehr Bodenfreiheit, Öldruckstoßdämpfer, dann macht das auch sehr viel Spaß, mit dem Wagen Rallye zu fahren. In Hamburg übrigens gibt es auch eine Rallye-Serie, da ist der TT-02 oder TT-01 zugelassen und hat sehr einfache Tuning-Voraussetzungen, was man einbauen darf, es macht aber ungeheuer Spaß, dort zu fahren. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Renner und zwar einem Klassiker, TT-01 Truck. Der TT-01 war schon vom TT-02 da, es gab auch vom TT-01 E die Nuller-Version, dann kam die E-Version raus, also eine leicht überarbeitete Version, ist ewig am Markt, wird es auch weiterhin geben, es sind ein neues Modell, glaube ich, mit angekündigt worden, sieht ziemlich cool aus, finde ich jetzt schon und es ist interessant, auf dem TT-01 gibt es nämlich diese Truck-Klasse, insgesamt gibt es vier verschiedene Modelle, kostet glaube ich der Bausatz so um die 140 Euro aktuell, manchmal ein bisschen günstiger, oft teurer Produkt ist verlinkt, es ist spaßig, das TT-01-Chassi unterscheidet sich ein bisschen vom TT-02, aber auch da gilt Ähnliches, es ist eine Version, die könnt ihr Offroad oder Onroad fahren, je nachdem könnt ihr die Bodenfreiheit so ein bisschen verändern, es gibt einen ähnlichen Tuning-Satz, wie ich euch gerade für den TT-02 gezeigt habe, auch für den TT-01, auch hierbei gilt Motorfahrt, ein Riggler ist dabei, für alles andere braucht ihr nochmal ein extra Set, das kleine, finde ich, reicht vollkommen aus, um Spaß zu haben, wo man immer man fahren möchte, wenn ihr in ein Renngeschehen einsteigen wollt, könnt ihr natürlich ein bisschen mehr Geld ausgeben, lass uns den Truck aber mal angucken, gezeigt habe ich euch gerade den Mercedes A-Cross, hier haben wir jetzt einen von MAN, ich finde ihn wunderschön, ich habe ihn nicht in Boxart lackiert, das grüne hätte hier unten blau sein müssen, ist eine Original-Rennlackierung ansonsten aus einem Racing-Team, ich finde es total spannend, die Wagen zeichnen auch eins so ein bisschen aus, sie sind etwas unterschiedlicher, sie fahren andere Reifen, und zwar richtig dicke Truck-Reifen, und dadurch schwimmt der Wagen, es sieht wunderschön aus, den Wagen zu fahren, ich bin ihn schon im Rennen gefahren, das ist toll, richtige Rennklassen, wenn davon 10 Stück auf der Rennstrecke unterwegs sind, das sieht einfach wundervoll aus, wenn ihr mit euren Freunden auf dem Parkplatz so einen kleinen Rennparcours aufbauen wollt, der macht richtig viel Spaß, und durch die etwas größeren Reifen hat er noch eine etwas höhere Geschwindigkeit, als wenn ihr jetzt mit einem anderen TT unterwegs seid, sofern die Motorisierung gleich ist. Natürlich könnt ihr auch bei den Motoren, bei all den bis jetzt gezeigten Modellen, ziemlich viel am Tuning machen, um mehr Geschwindigkeiten rauszuholen, auch Brushless-Möglichkeiten gibt es da, trotzdem empfehle ich euch, wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich habt, fahrt erstmal mit den Motoren, die da drin sind, gewöhnt euch an das Fahrbild, guckt, wie ihr damit gut lenken, bremsen könnt, und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euch so ein bisschen hochsteigern. Ich finde die Trucks, wie gesagt, wunderschön, es gibt davon auch über ganz Deutschland verteilt Rennklassen, womit ihr damit fahren könnt. Als kleiner Tipp, der Mercedes hat eine etwas niedrige Karosserie, also wenn ihr richtig Rennen fahren wollt, ist der Mercedes ein bisschen besser, ein bisschen aerodynamischer, was dieses Brett angeht, als der MAN, aber lass uns jetzt mal eine Serie angucken, die ich total spannend finde, auch On-Road-Modelle, wobei es auch leichte Off-Road-Modelle davon gibt, aber wir gehen jetzt mal in den Bereich M-Chassis rein, ganz tolle Fahrzeuge, mal gucken, was ich da euch so mitgebracht habe. Der M-Chassis-Bereich im On-Road unterscheidet sich etwas vom bisherigen On-Road-Bereich, den ich vorgestellt habe. Die meisten Modelle sind zum Beispiel frontangetrieben, wie der M05 zum Beispiel, oder heckangetrieben, wie der M06. Also immer, wenn ihr das seht, bei einem Modell M05 oder M06, wisst ihr, ob er heck- oder frontangetrieben ist. Das kann so ein bisschen verwirrend sein, weil zum Beispiel der NSUTT, der Prinz hier, ein heckangetriebener Wagen war, mit dem Motor hinten, kommt aber von Tamir auf einem M05, M05, also frontangetrieben. Hier gilt trotzdem auch, die Chassis lassen sich schön bauen, sie sind ein bisschen kleiner, haben also nicht die 253, 257 mm Radabstand, wie es die großen Versionen haben, sondern wir befinden uns hier in dem Bereich zwischen 210 und 235 mm, lassen sich aber sehr toll fahren und sind sehr, sehr tolle klassische Wagen. Lass uns mal den Prinzen angucken. Auch den hier habe ich ein bisschen anders lackiert, wie er im Rennsport damals unterwegs war. Das Jägermeister-Design, natürlich ein super klassischer, total gehyptes Design, aber auch hier im Speistuning-Design finde ich ihn wunderschön. Also, das ist wieder eine Lexan-Karosserie, könnt ihr so lackieren, wie ihr wollt. Kommt total gut her. Frontantrieb lässt sich ein bisschen einfacher fahren als Heckantrieb, weil der natürlich ausbricht. M06E, ziemlich backlastisch, weil der Motor hinter der Achse sitzt. Das heißt, da liegt das ganze Gewicht auch noch hinten und dadurch rutscht der Wagen euch hinten noch ein bisschen mehr weg. Auch bei den M-Chassis gilt, wenn ihr sie fahren wollt, ihr braucht noch Elektronik dazu. Wenn ihr euch einen größeren Sendeinhalt holt und ihr mehrere Autos haben wollt, macht das Sinn. Ihr könnt euch die passenden Empfänger euch dazu holen. Braucht nur einen Sender, könnt 15 Fahrzeuge programmieren. Mit dem geht immer nur ein Fahrzeug. Das heißt, eine Fernsteuerung, einen Fahrtenregler und ihr könnt die zwar neu binden, aber nicht die Programmierung speichern. Ansonsten auch hier, ihr könnt mit den Wagen einiges tunen, ihr könnt Öldruckschussdämpfer einbauen, ihr könnt höhere Geschwindigkeiten durch Motorritzel, also durchs Getriebe erzeugen oder die stärkere Motoren. Kugellager empfehle ich auch bei diesen Modellen. Kommen wir jetzt mal zum MB01, einem neuen Chassis, was ich ziemlich cool finde. Da ist er schon. MB01, darauf der Fiat Abarth 1000 TCR im Bellinias Corso Design. Den gab es von Tamiya früher schon mal in einem leicht roten Design noch. Ich habe natürlich nicht das Boxart Design übernommen. Ich habe mir da wieder was aus dem Netz gesaugt und original nachgebaut. M-Chassis. Was da das Interessante ist, ihr könnt den Wagen so umbauen. Ihr könnt ihn als Frontfahrzeug fahren. Das heißt, der Chassis wird so aufgebaut, dass er Front angetrieben ist. Ihr könnt ihn aber auch als Heck angetriebenen Wagen aufbauen. Dadurch kriegt ihr jetzt nach Karosserie ein sehr viel realistischeres Fahrbild hin, was ich total spannend finde. Auf dem Chassis ist jetzt auch noch rausgekommen, der Alfa Romeo Guiglia GT Sport Club Racer. Sieht ziemlich cool aus. Boxart ist sehr weiß mit einem typisch italienischen Design. Rot-grüne Streifen dazu noch. Sieht richtig schick aus. Ihr könnt natürlich was Eigenes machen, aber auch den gibt es gerade ganz nett. Auch manchmal schon recht günstig. Kostet um die 135 Euro, würde ich sagen. Wie gesagt, hier braucht ihr auch wieder ein bisschen Elektronik. Und dann könnt ihr damit Spaß haben und fahren. So, und da sind wir auch schon am Ende angekommen von diesem ersten, von diesem Beratungsvideo bis fürs Jahr 2000. Egal, ob ihr On-Road 4x4 fahrt, On-Road M-Chassis, Off-Road 4x4 auf dem TT02 oder im Buggy Sport unterwegs seid. Das RC-Modellbau-Hobby macht richtig viel Spaß. Man kann sich zu Hause damit auseinandersetzen, im schlechten Wetter damit bauen und basteln und lackieren. Wenn es dann schön wird, rausgehen. Die Fahrzeuge sind größtenteils wasser- und wetterungsfertig. Ihr müsst sie immer ein bisschen reinigen, wenn ihr gefahren seid. Wenn ihr die Neem-Akkus, die jetzt in diesen Sets nicht dabei sind, wenn ihr die Neem-Akkus, die in diesem Elektro-Set nicht dabei sind, wenn ihr die Neem-Akku, die in diesem Elektro-Set dabei sind, nicht fahren wollt, weil ihr ein bisschen was Moderneres haben wollt, empfehle ich euch Lipo-Akkus. Dort gibt es auch welche. Achtet bei Tamir-Modellen manchmal darauf, ob sie einen runden Akku-Wanne haben, damit sie auch in alle Modelle reinpassen. Ich habe euch mal ein, zwei verlinkt. Lipos sind ziemlich interessant. Man kann sie ein bisschen einfacher, schneller laden. Man muss sie ein bisschen aufpassen, wie man sie lagert. Aber das kann man eigentlich ganz gut machen. Alles wird in den Beibackt-Heften erklärt. Ihr seid damit auf jeden Fall ein bisschen moderner als mit den alten Neem-Akkus und habt auch ein bisschen längere Fahrzeiten. Wenn ihr Fragen zu einem dieser Modelle habt, schreibt sie gerne unten drunter. Ich versuche sie zu beantworten. Wenn euch eins dieser Modelle gefallen hat und ihr es euch vielleicht kaufen wollt, guckt euch einen lokalen Shop an oder geht über den Link, den ich hier unter dem Video habe, zu den Modellen. Dort findet ihr alles. Und wenn ihr dann darüber kauft, unterstützt ihr mich so ein bisschen. Ansonsten hat mich gefreut, euch dieses Video zu machen. Ich sage jetzt Ciao und Tschüss. Bis bald. Euer Chris.